Äh, 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 äh. Okay, Mann, du bist, du gehst grad wieder auf den Platz, ist auf den Endstuhl, aber eben warst du wieder weiter. Ach ne, Steak, Alter. Das bringt dir überhaupt nichts hier. Okay, Kataker, du bist ganz falsch. Ganz falsch, ja, das weiß ich selber. Du bist ganz auf der andere Seite vom Ende. Das weiß ich selber. Ich weiß selber, dass ich woanders bin. Echt? Wo? Aber mir hilft ja auch keiner mal irgendwas zu finden. Weiter weg. Oh Gott. Was habt ihr da gebaut, Alter? Was? Oh, ich bin da mal gefallen. Ich brauche ihn wieder nicht töten. Alter. Oh, schade. Ich bin da krank. Komm, du hast dich wieder reingeschaut. Ich habe keine Lust noch auf das Labyrinth, Mann. Was ist das für eine Scheiße? Oh Gott. Oh Gott, ich habe wirklich... Es dauert bestimmt eine Stunde im Labyrinth, die rauskommen. Ich glaube, es dauert nicht so lange. Ich habe das Gefühl, das Ding wird immer größer, ganz ehrlich. Mit jedem Mal, dass wir hier reingehen. Ach, wir haben eingebautes Navi. Ich habe eingebautes Navi, ich empfehle ihn. Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat sich dieses Labyrinth ausgedacht? Alter, das hat wahrscheinlich gar keinen Ausgang. Der Kettenhacker. Bisschen richtig, genau. Ja, sehe ich gerade auch. Also, wenn er mich tötet, ist er voll im Clip. Nee, Mann. Da haben wir die ganze Zeit in dem Kreis da rum, äh, den Klaus Mann. Also, ihr seid jetzt beide in der Nähe von dem Bereich, sag ich schon mal. Ja, toll. Wir sind in der Nähe von dem Bereich, wo es rausgeht. Was sollen wir das jetzt sagen? Der Kettenhacker. Ich war hier in der Nähe, genau. Das ist nice. Und K-Man tut genau so. Jetzt läuft sie wieder in eine andere Richtung. Ja, im Endeffekt läuft sie wieder gerade zurück. Ich habe keinen Bock, den Typen nochmal zu treffen. Die beiden sind jetzt gerade Nachbarn. Ich haue lieber ab. Kettenhacker geht direkt an der Rechnung. Nein, 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 eben, ich meine eben, wo du gedacht hast, die beiden sind Nachbarn, dann geht Kettenhacker, oh. Sieht ja auch immer selten. Oh, ha, nein, ha, nein. Ich glaube, das wird dein Ende gehen, Mann. Hm, mit ein bisschen Glück kommen wir hier noch raus. Heute natürlich. Komm schon. Es gibt's noch nicht. Nein, tut. Alter, ein Lava-Brunnen, wer kommt auf sowas? Du hast zu viel Lava reingetan, Mann. Tja, jetzt ist der Typ echt im Nachteil gerade. Nein, ist er nicht. Soll ich einmal in den Lava rein? Wenn mich jetzt einer kickt, ganz ehrlich, dann schreie ich. Ach, das finde ich schon weh. Ich habe hier einen eingebotsenen Lavi. Ja, ha, ha. Okay, hier war er ja schon, das ist mies. Der war schon überall, der Kollege. Ich glaube auch nicht... Näher zu... Okay, jetzt... Doch, doch. Wer ist näher? Ich bin nicht hier lang gelaufen. Ich frage mich, wo es jetzt echt mal rausgeht, Alter. Kann doch nicht wahr sein hier. Kann doch nicht mal den Ausgang. Dass ihr irgendwie... Seht mal, dass es liquidiert im Fenster. Warte mal. Bedeutigt das irgendwas? Ey, guck mal, ich kann mir die Sachen griefen. Das hat keine Bedeutung, oder? Guck mal, jetzt ehrlich, ich kann mir die Sachen griefen. Wie anders? Das machen wir andere Steine. Nein, nein, also das hat wirklich überhaupt keine Bedeutung. Ja, du weißt. Du weißt, ich habe mir jetzt noch die Mühe gemacht, hier ein paar Rätsel zu machen, ja? Ja. Das wäre es natürlich. Das mache ich beim nächsten. Ja, geil. Ja, das ist gerade ja echt ziemlich beschissen hier. Ich habe auch schon mal Besseres gesehen. Ne, wir sind gerade mal übelst in die andere Richtung gegangen. Wach dich nicht, Alter. Wo sind die beiden? Wach dich nicht, Alter. Natürlich! Wieder die Planung. Hä? Das war meine Schuld. Das war ja wieder klar, Alter. Ha, ha, ich wurde durch den Slime gekillt. Ey, ohne Scheiß, das macht keinen Spaß, weil ich zog lieber wieder alleine später. Ja, toll, das ist nicht mal mein Kili gewesen. Ne, 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 ne. Der Slime. Der Slime. Ich würde einfach nur die ganze Kisten, aber keine Ahnung. Können wir mal Katnäckern und Zip geben, du bist auf der richtigen Richtung. Dankeschön. Sag immer, du bist auf der richtigen Richtung. Hilf den beiden, aber auch gar nicht. Okay, ich habe auf jeden Fall keinen Bock mehr, mich die ganze Zeit hier zu boxen. So Leute, wenn ich euch wundere, ich probiere hier gerade die automatische Speicherung auszuschalten und habe es natürlich wieder geschafft. Oh, 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 oh. Ja, super. Dass ihr mal überprüftiert seid, werde ich euch jetzt mal zeigen. Geht auch mal am Anfang und lauft auch mal durch das Labyrinth. Der Mehmet wird ja von oben alle Faktoren. Der Mehmet. Nö, da ist wieder nix. Das ist ja klar. Kase bringt ziemlich viel. Ja, muss man da lang. Ich glaube einfach, dass es da lang ist. Alter, ich habe keinen Bock mehr auf den Typen. Der boxt mich ewig nur zu brei mit seinen völlig überpowerten Items. Ey, ohne Scheiß, Leute. Jetzt sagt mir mal, wie soll ich mich wehren, wenn er viel bessere Waffen von Anfang an hat? Ich kriege doch jedes Mal nur noch auf die Butze. Das ist so traurig. Und den Ausgang finden kann ich natürlich auch nicht, wenn ich ewig tot bin. Ich gehe hier weiter, um... Näääääääääää Mal auch ins Labyrinth zu gehen Mal gucken wie weit ich komme Naja Ja okay ich probier's jetzt mal Ich hab die in Sicht Uh Noch mal Mitspieler Toll Ne der war ich noch nicht Ah guten Tag Jetzt bräuchte ich nen Kompass oder sowas Uh Aber jetzt hab ich keine Rüstung Geil Nein Haha Das ist die beiden nicht Die beiden nicht Komm, gehen sie selber ins Labyrinth Verrecken sie das ist ja das ist ganz normal alter sackgasse es geht wieder falsch rum wo kettnäcker ist, ach du da aber kettnäcker gibt richtige richtung kann man sagen jetzt bist du wieder in der sackgasse richtige richtung ich lauf wieder komplett zurück schön dass sie mir auch noch tipps geben während ich hier zocker ich werde nicht einer der längst aufregen ich glaube dass da hinten ist tief also für die abonnenten wenn ihr das mal selber machen wollt dann ich lass diese welt bestehen und schreibt mir einfach und dann lass ich euch mal da rein und dann könnt ihr selber mal ausprobieren wie scheiße das in einem defekt ist alter ich glaube hier hat schon keiner mehr bock drauf du bist gar nicht unsichtbar du vogel ich seh dich doch das ist eine gute frage weil ich hab meine die ganze Welt gespeichert ok ich denke vielleicht mal wenn das geht dann ich guck mal nach wenn das wird also auch nur nicht auf jeden fall nicht in die lava fallen das wäre sehr freundlich aber da ist doch noch eine truhe noch ein eisenschwert ich ich sollte jetzt echt mal essen wird mal zeit so bitte schweinefleisch mit einem verzauberten äh die haben wir ein schwert einschlag überreicht und dann wäre er tot zack 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 Holz zack 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 mal ist ja hier der reizte Albtraum, das Labyrinth. Da kommst du ja gar nicht mehr raus, Alter. Muss mal hier klarkommen. Ach doch, er ist unsichtbar, aber man sieht irgendwie den Namen, oder? Scheint so. Das gibt's doch gar nicht. Was hab ich da gemacht? Alter. Alter, ich hebe mich jetzt. Ich will sich eine eigene Lappe. Noch eine Truhe. Jetzt kommt bei einem wohl noch die Mutti rein, oder so. Nein. Das ist echt nicht leider noch ein bisschen, oder? Nee, 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 nee. Das war's eh wieder. Das hab ich eigentlich nicht gemacht. Kettenhacker ist wieder gestoppt. Alter, ich heiß nicht Kettenhacker. Bist du irgendwie behindert im Kopf, oder so? Hallo. Anni, da muss ich sagen, ich schien dich. Das wird hier nicht erwähnt. Das wird rausgeschnitten, hier. Maaan. Was hab ich da für'n Scheißdreck gemacht? Alter, ich hab's wirklich heißen. Oh, oh, Kettenhacker geht über. Ja, jetzt geht er wieder. Ich geh baden in Lava. Äh, Mehmet, wo befinde ich mich? Befinde ich mich in der Nähe? Alter, ich guck mal, wo bist du denn? Oh, Mann, Alter. Ich hab langsam keinen Bock mehr. Anni, ich beobachte dich, ich beobachte die anderen, die Spieler. Stich. Klangweilig. Ich kann hier... Hallo, ich bin hier gleich draußen. Glaub ich. Ja. No. Wo bist du? Ich versuch immer nur dasselbe. Wie soll ich da weiterkommen? Schon wieder. Sag, Gasse, na toll. Ach, da. Ey, wie soll ich hier wieder rauskommen? Ich bin auf die andere Seite des Telefons. What? Ich bin auf die ganz andere Seite. Aber was ist denn das? Maaannn. Ey, Geh, Mann, guck mal. Andi, der, der hat das Labyrinth gemacht. Ich bin selbst ausgängig. Selbst der Macher des Labyrinths scheint hier nicht rauszufinden. Aber jetzt seht man, ich hab das Gefühl, ich bin komplett auf der rechten Seite und er sagt mir, ich bin auf der linken Seite. Das klingt so verwirrend. Oh, wie war's denn noch nicht, Geh, Mann? Warte, war ich schon. Echt? Mhm, 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 mhm. Das stimmt. Guck, mich, nein. Oh, ich fahre, ich, ich möchte einfach nur hier raus. Ich will was anderes sehen. Wenn ich den Ausgang finde, freue ich mich wie die Leute bei Cube, die den Ausgang gefunden haben. Also, es muss da sein. Ich bin grad drüben in Berlin. Du bist in der Nähe. So. Ihr wisst, wenn ihr euch richtig befindet, dass wenn ihr ein bisschen aus dem Labyrinth rausguckt, also ich kann es jetzt, ein bisschen aus dem Labyrinth rausgucken, da hinten ist der Ausgang. Ah, ich mach jetzt so ein Turm. Dieses Dach, dieses Dach da hinten, dieses Spitzdach, das ist zum Beispiel jetzt nah am Ausgang. Ich hab ja genau da, wo ich bin, aber wie komm ich da hin? Ja, ich mein so als, vielleicht als Orientierungspunkt, das hab ich schon nicht ganz viel. Ich lauf nämlich ganz woanders, hab ich schon mal. Ich versuch's, ich versuch's schon die ganze Zeit. Dieses Spitzdach ist, wo der Ausgang ist. Jetzt hast du immer so ein paar Lichter hin, dass ihr es auch seht. Das ist ja gut. Ich will eine Kiste. Das ist auch schön. Es gibt gar keine vollen Kisten mehr. Ach guck mal, da war ich noch nicht. Also abends sieht man es hier besser. Ich will hier raus. Vielleicht hat der Enderman mir verraten, wo es lang geht. Oh, ich glaub, Käptnäcker ist gerade in der richtige Richtung. Ja, ja, das sagst du eh immer. Oh Gott, ich komm nicht so lang. Machen wir mal ein paar Informationen, was ist für die dritten Spieler? Ist er, ist er ins Klo gefallen? Ist er ins Klo? Nicht schon wieder. Verpiss dich. Da geh ich lieber baden, Alter. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Der hätte mich jetzt eh gekillt. Aber da hab ich lieber Bock in Lava zu schwimmen. Ja, aber das wäre unfair. Nein, nein, es wäre unfair, weil er ist die ganze Zeit on. Und die beiden suchen hier schon seit, was weiß ich, einer halben Stunde fast schon den Ausgang. Ja, und wenn der reinkommt und findet mit Glück den Ausgang, dann wäre das unfair, finde ich. Und er ist nämlich die ganze Zeit on. So, ich renne jetzt erstmal. Jump, 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 jump. Ich hab paar YouTuber in meinem FL. Immer, wenn, äh, immer sind YouTuber, äh, Spannend, spannend. Das ist mein Hauptmenü, äh, macht gar...